hier sind es ja auch alles auf S sollte das nicht so hoch weil ich glaube es geht nämlich für alle da habe ich vielleicht gerade einen Fehler gemacht Industrie auf 7 ich finde eh Geld und wenn ich jetzt bei Geschichte bin das ist noch nicht so super teuer aber ich finde eh noch kein Geld noch keine 200.000 übrig dann sammeln wir noch ein bisschen neue Assistenten könnten eingestellt werden und dann holen wir uns die neuen Assistenten 50.000 was meine nächste Aufgabe sein wird ein bisschen Restauration ein bisschen Restauration ein bisschen ein bisschen ein bisschen das ist der das ist der war ein oder ist da ich reparier ich gehe zum Boris Hey Boris, hier was auch bei mir jetzt gebe ich ihm damit dass wir zurückgeben können wozeit stimmt nicht Ah, das ist ja auch nicht schlecht, dass da Sachen dann erleichtert werden. Lass uns weitermachen. Teuer die Leute. Geschichtsauf 3. Lass uns mal ein bisschen Geld, spielen wir mal ein bisschen Geld in die Kassen. Was ist das denn? Was ist denn das? Boris, alter Kumpel. So. So nicht wieder was für dich reparieren. Steht doch nur da, um auf mich zu warten. Um mir dann irgendwelche Aufträge, die ich auch alleine machen könnte. Oh ne. Okay. Ich muss zum abgelegenen Bus. Was ist das? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was bist du denn so einer? Wenn du schon am Weg stehst... Eigentlich stand er nicht am Weg. Warum gibt's da nicht so Wächterdinge? Du brauchst da nicht. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ah, wir sind wieder zurück. Das ist ja nicht mehr für mich. Das ist ja für ein Museum. Wo ist der? Ich muss mich rein. Nee, ich stehe nur um die blöde Fragen zu beantworten. Das sieht doch schon auf der Reihe. Woran wird's hapern? Ich wird hapern an dem Bildungswerk. Dafür gibt's hier gute, angelockte Besucher. Ich weiß nicht, wenn ich das Hochbronja nehme. Dann würde es gehen. Aber wir fehlen von Wunder. Naja. Ich weiß nicht. 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 Ich weiß nicht nicht. Was gibt es denn hier noch im Reise-Lock? 1, 2, 2, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, die renikte sind noch 15 6 1 dollar weiß keiner wo das ist die braucht da erst noch und sie braucht die schlüssel das andere zeug ist beim nächsten mal machen ich bin ich da noch die relikte ein bisschen aufwerten t 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 alles verwertet sich da noch hatte dann kann ja noch dieses nix mehr wo noch was drauf ist was hat er jetzt gemacht automatisch hinzufügen warum tut er die dinge nicht dazu immer die weg hier was soll man er will erst mal die dinge loswerden okay er nimmt das mit die hier lp angriff angriff Und die wandle ich natürlich um. Wieder zum Ulda. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war ein kurzer Kampf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 hauptausstellung außenbereich auf stufe ich brauche mehr angedockte besucher die bildungswert der ist gar nicht schlecht mit 58 zu holen und der teilt überhaupt nix mit in der neuen Belongs mehr zu tun ist aber dauernd tut er schlecht ja 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 Hm. Da fehlt ordentlich was bei. Eingelockte Besucher. 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 Eingelockte Besucher.